Hallo, mein Name ist Beate. Ich bin hier in Budapest in der Helvetik-Klinik und ich habe mir ein paar Implantate setzen lassen und habe jetzt meine Zähne bekommen. Und wie ihr seht, super. Und ich bin jetzt das vierte Mal hier, wurde hier gut aufgenommen, tolles Hotel, drei Sterne. Aber es ist alles okay, alles sauber. Essen ist lecker. Budapest ist eine wahnsinnig tolle Stadt und hier sind tolle Dolmetscher. Ich bin hier super aufgenommen worden. Ja, ich kann es euch nur empfehlen und eine gute Reise nach Budapest.